Ho ho ho! Ich will jetzt hier keine Panik aufkommen lassen, aber Männer, es ist bald Weihnachten und ich gehöre auch zum Club, Leinen kann man nie genug kriegen und haben und überhaupt und besitzen und sie alle haben wollen und anfassen. Ich habe mir gedacht, mit dem Plätzchen backen, da habe ich es nicht so, dann sieht die Küche auch alles danach immer so aus, aber was ich ganz gut kann mittlerweile, ist Leinen zu basteln und dann obendrein eben auch noch Leinen, die man echt richtig gut gebrauchen kann. Also ich baue alles selber, ich habe noch nicht mal irgendeine Hilfe für irgendjemanden, der da irgendwelche Nieten reinsetzt, das ist alles handgemacht von Steffi. Solltest du jetzt vielleicht auch noch auf der Suche sein nach einem wirklich praktischen, schönen, funktionalen, qualitativ, hochwertig, made in Germany, made in Oberpfalz, made in Höchensee sein, dann mach doch mal folgendes. Schau mal in die Videobeschreibung, da findest du einen Link und da klickst du dann bitte mal drauf und dann checkst du meinen Shop nach schönen Ideen für Weihnachten. Ich würde super gerne für dich basteln, also wirklich, ich mag das total gerne, weil ich mich zu jeder Leine freue, weil ich weiß, dass ich da wirklich dann was Gutes eintüte und die, die bestellen, die bekommen was Tolles und das möchte ich gerne machen für dich. Mach doch mal, drück auf den Link, meinetwegen kannst du auch drauf klicken, Hauptsache du checkst meinen Shop, Mann. Musik 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 Musik